Also ihr lieben Leute, wir sind heute am Kaiserschmarrnfest in Elmau, das ist meine Großmuttie und ich führe heute die Großmuttie aus aufs Kaiserschmarrnfest. Und wir schauen uns an, was es alles für verschiedene Kaiserschmarrn gibt, weil es gibt sehr, sehr viele. Aber wir werden das alles gemeinsam erkunden. Jetzt kommt's mit. Gehen wir. Schau, kommen wir uns gleich dazu. Grüß dich. Alles gut? Es ist meine Oma, die Heidi. Die macht das jetzt genauso gut wie du. Du wirst das jetzt sehen. Na schau. Ist er gut? Ich kann die ja bei mir nicht kosten lassen. Mit Blüten zu fangen. Mit gebrochenen Blüten. Jetzt gehen wir da zum nächsten. Hallo, grüß dich. Servus. Und was gibt's jetzt bei euch? Bei uns haben wir heute für euch extra gemacht, einen Grammelschwanen als Beilage. Aha. Okay. Bei dir gibt's den Schoko. Dann nehme ich das, muss einmal kosten, das Süße. Und magst du das Wild kosten? Immer dabei. Immer mit dem Besteck dabei. So, das ist schön. Ah, das bist du. Ja, servus, grüßt euch vom Elmauer Kaiserschmarrnfest. So ungefähr. So versteckst du deine Gabel, das ist sehr gut. Du kannst ja schauen, was es da von gibt. Jetzt sind wir satt auf jeden Fall. Wir sind durchs Kaiserschmarrnfest gegangen und wir haben echt viel gekostet, erlebt, gesehen. Mein persönlich Favorit war immer noch der Schoko-Kaiserschmarrn. Also neben dem ganz klassischen. Wie schaut's bei dir aus? Du bist... Ja, ich bin auch eher... Eher klassisch. Ja, bleibst beim Süßen. Ich bleib beim Süßen. Und wenn ihr euch das auch einmal anschauen wollt, kommt's einfach nächstes Jahr wieder in die Gegend. Hier in Elmauer Kaiserschmarrnfest. Immer Mai, Juni. Ihr erfahrt das dann natürlich im Internet und kostet's euch durch. Musik